Apple Cyber Weekend, Angebote und iPads jetzt reduziert Der Black Friday fand in diesem Jahr am 25.11.2022 statt. Doch auch am Black Weekend, welches auch unter dem Namen Cyber Weekend bekannt ist, sind viele Preise reduziert. Auch beliebte Apple-Produkte sind besonders günstig zu haben. Ob MacBook, iPhone, AirPods oder anderes zu Behör, bei uns finden Sie die aktuellen Deals in der Übersicht. Wir aktualisieren diesen Artikel fortlaufend, damit Sie keine Angebote verpassen. Apple AirPods Pro, erster Generation Die beliebten AirPods Pro von Apple blenden dank aktiver Geräuschunterdrückung Außengeräusche aus. Damit Sie ganz in Ihre Musik eintauchen können. Die Kopfhörer verbinden sich kabellos und unkompliziert mit Ihren Geräten und halten zum Beispiel beim Joggen Schweiß und Wasserstand. Apple 2022 MacBook Pro Das beliebte MacBook Pro ist Ihr idealer Begleiter mit der energieeffizienten Performance des Apple M2-Chip hält die Batterie den ganzen Tag und bis in die Nacht. Mit einem aktiven Kühlsystem kann das MacBook durchgehend gute Performance liefern. Das Retina-Display sorgt für brillante Farben. Apple iPhone 12 Das iPhone 12 ist dank Ceramic Shield viel besser vor Displaybruch geschützt als andere Smartphones. Das Super Retina XDR Display sorgt für klare Bilder und 5G für schnelle Downloads und Streaming in höchster Qualität. Für hochwertige Fotos sorgt das Zwei-Kamera-System. Apple iPhone 13 Das iPhone 13 überzeugt dank A15-Bionic-Chip mit super schneller Performance und bester Batterielaufzeit. Bis zu 28 Stunden Video-Wiedergabe sind möglich. Das Pro-Kamera-Systeme Tele Weitwinkel und Ultra-Weitwinkel-Objektiven sorgt für Bilder in Top-Qualität. Apple Silicon Keyes Im Apple Silicon Keyes ist ein iPhone sicher. Die glatte, weiche Außenseite aus Silicon fühlt sich toll an und liegt gut in der Hand. Innen bietet ein weiches Futter aus Mikrofaser zusätzlichen Schutz. Mit integrierten Magneten Die sich perfekt am iPhone 13 Pro ausrichten, hält das Keyes ganz einfach und sorgt für schnelleres kabelloses Laden. Apple Watch Series 7 Mit der Apple Watch bleiben Sie durch Anrufe, Nachrichten und E-Mails mit Familie und Freund, innen in Verbindung. Auch wenn Sie Ihr iPhone nicht dabei haben, streamen Sie Musik, Podcasts und Hörbücher und tracken Sie Werte wie Sauerstoffgehalt im Blut- und Herzfrequenz. Apple AirTag Mit den Apple AirTags wissen Sie immer, wo sich Ihre Sachen gerade befinden. Nur einmal tippen reicht, um den AirTag mit dem iPhone oder iPad zu koppeln. Apple AirTag Schlüsselanhänger Mit dem Apple AirTag Schlüsselanhänger können Sie den AirTag ganz einfach und sicher an Ihrem Schlüsselbund befestigen. Der elegante Schlüsselanhänger ist aus weichem Leder und in vielen verschiedenen Farben erhältlich. Apple Magic Keyboard Das kabellose Apple Magic Keyboard macht präzises Tippen besonders angenehm und einfach. Dank der langen Batterielaufzeit können Sie es ungefähr einen Monat oder länger verwenden. Bis Sie es aufladen müssen. Es koppelt sich automatisch mit Ihrer Mac und ist direkt einsatzbereit. Apple Magic Keyboard mit Ziffernblock Das Apple Magic Keyboard gibt es auch mit Ziffernblock. Es hat ein erweitertes Layout. Mit Steuerelementen fuhr die Navigation in Dokumenten zum schnellen Scrollen und normal großen Pfeiltasten vorspiele. Ein Scherenmechanismus unter jeder Taste sorgt vor mehr Stabilität.